Du 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 Also hier war man der Dorf, dass du wuschloh wollt hinkommen. Ah, ich bin schon nicht wenn ich löscht, doch schon längst Zeit hier. Ui, ja, Tablet. Ähm, ich meine, du hattest die Fehler gemäht. Weil eigentlich soll das Table wie ja, also ja wie sein. Also so ja, wie auf Deutsch und auch wie auf Französisch mal den Bindestrich, ne. Und du uns einfach uja-Table gemäht. Was ja offensichtlich. Und uja-Table ist ein uja-Table. Aber das tut ein Ass ja kein. Also ein uja-Table weiß ich ja weiter das nicht. Das ist ja komisch ein ähm, Gichter, Beschwörungs, Spiel, Ritual, wer auch immer. Und äh, ja. Und äh, ja. Eben dann. Du uns einfach nur behalten, wie, wie das würde doch so bedeuten. Und das war nicht geduldig. Das sollte nicht nach Wurzspiel sein. Und dann da und den Spätespieler. Und sie nur immer, also äh, an sich multiple. Und dann ja wie draus gemäht. Ja und dann wie am Anfang getrennt. Und dann wird dann so wie gemäht, wie von der Französisch steigt. Und wer war doch bloß noch witzig, das. Und ja. Einer gesehen hat das Würfel. Und muss sich viele Items sehen. Wie alles den Durmelsprung verlangt. Weil sie Marionette. Ziemlich creepy stuff. Wir konnten ein Level up. Das ist nice. Dump de Dump. DU 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 DU. Du du guck. Was soll denn jetzt denn? Machen, glück? Ah, heil, w confian. Ich hab ja auch immer gelegt. Spirit Orb. Spenken? Loh? Voila. Show Enemy Damage. Super. Schauen Sie mal, was man lohnt. Auch aufzählen. Die Gegner. Aber nicht im Moment umgedrehen, was sie eigentlich aufzählen. So, kommen wir schon mal zu dem Castlevania, wo man heute noch so können. Hey, was das alles ist, eine Sache noch mal freischalten. Harmony of Dissonance, was ich schon erwähnt habe. Ebenn hat doch das ähmste Prinzip. Durch dennoch alle Sachen wurde ich freigeschaltet. Nein, so. So, ja, das wirst du. Punkt. Nein, nein. Weil hier kann man so einen kleinen Teil, wo man bis zum Ramm trömmeln kann. Fünf und zwanzig. Nice. Ich gucke noch mal, was mehr Schwert aufzieht. Und dort soll auch wie ein Gacht natürlich ganz wirken. Aber die können aber nur ziemlich schnell klinken. Ah, Bumerang. Skalereig. Du hast dann mal ne Tülajsch der Schölze hin. Geweck der Schild. Was ist das geschieht, Kollege? Du bist da eingeblieben. Den hast du eingeblieben. Den hast du eingeblieben. Obst du, falls ich das in anderen Rüssen schaufte? Das ist ja definitiv mei. Yay. Ein Dollar, ein Dollar. Oh, geh ich da. Ganz basic geh ich da. 250. Das ist nice. Ich weiß nicht, wie die natürlich so Akzessoire, Relikte, also nicht... Ne, Akzessoire, kein Relikte, na. Ähm, wo, ähm, dann zum Beispiel Chancen draufsetzen, dass ihr besser Items kriegt. Da sind zum Beispiel noch viel mehr Herzen fit. Also cool, denn... Ah ja, ja, voilà. Cthulhu. Ein komischer Form von Cthulhu. Schattet direkt sollte man Zeit stoppen. Du hast nur Gefährlich in dem Moment. Umfangste Kombo nicht schlecht. Und das Stopwatch an Medusa schuld. Klingt vielleicht bissen unparadox So op da rum ne. Mir egal. Mir, ja. Ich mache das so. Das ist immer direkt auf den Hof gekommen. Da muss man nur langs Zeit rumgehen. Und da kommen wir mal an die neue Zone. Das ist das nicht cool. Und da ran kommen wäre auch cool gewesen. Da komm ich definitiv nicht ran. Und hier Dürbelsprung. Wie gesagt, die nächste Sache ist ganz so nice durch den Dürbelsprung. Wir brauchen hier wirklich für uns kommen. Speichern hier schnell. Hele Mais. Die Dürbelsprung. Das ist einfach da. Die Dürbelsprung ist da. Oh, das ist doch auch scheinbar. Ich werde nur ein Quickspunkt nehmen. Ich mache nur ein bisschen Geschwindel. Die Dürbelsprung ist da. Ich muss nur noch auf den Weg gehen. Lösen kann es nur noch weitergehen. Ja, trau dich. Hahaha. So gut, das klappt wirklich ganz gut, das tut. Ich muss den Mund nicht drücken, ich muss heilen. Ich muss den Mund nicht drücken. Ja, ich hatte zuerst den anderen Weg geholt mit den Händen, es muss ich nicht. Wiederhören, könnte ich sehen. Ähm, nein, gib mal dich. Ok, alle, habs, habs, alle kann das bisschen lösen, das müssen aber so nach. Alle, komm, voilä, am Fong hast du High Wolverinegg dir, mit dir du, mit dir nixst, du wirst einen Speicherplatz mit dem Lust und Lohmannsinn, du bist gerade gespeichert auf den Eck, voilä, aber durch die heutigen Dier sind wir gar nicht gut gegangen, weil wir hatten heute Lashka den Bus, und das hier gehen wir aber heute durch, das hier nicht durchgegangen, weil heute ein Blutdier ist, und wirklich, dass wir den nicht gut machen können, wird nicht der Wert gewünscht, look, glaubt das, 3D, okay, guck mal das, okay, Maria. Also, wir treffen uns wieder, Alucard. Es scheint so. Wie freundlich wie immer, ich sehe. Es ist verrückt, dieses Kastel ist anders, als ich ihn erinnere. Dieses Kastel ist ein Kreatur von Chaos, es kann viele Inkarnationen nehmen. Und das ist das Grund für, dass Alcald Kastelvania ein neuer Schloss wird. Oh, gut, ich werde mein Bestes. Good luck. Mit dem, den dorten Spiech war, wenn du, hey, Leute, ich gebe dir eine Erklärung, wenn du es tun willst oder losst, das wird der Schloss immer besonderes. Ein Grund für ein Meier-Meier-Castelvania sein. Was ist eine gute Sache, das ist absolut kein Problem. Aber, voilà, der Schloss ist ein Kreatur vom Chaos, die verschiedene Inkarnationen erhält. Ja. Jetzt sind wir bei der Wildchamber, hier werden wir Ultra-D-Minder-Eben-Origuel-Spiel. Das ist ziemlich... heavy-Stuff. Ah, Aquamarine, das kann ich verkaufen. Wie viel die Ambiance aus der Musik? Super, ne? Ich so eine Leute, die wäre schlecht. Versteht mich, okay? Voll falsch. Autsch. 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 Okay, ich kann doch. Okay, äh, ne, mein Schild klappt ein Teil, ne, so gut. Genau, das ist auch okay, wenn die Dote-Kabse gefährlich ist. Das ist kein Zeitstopp, mehr Zeitstopp, das ist halt viel. Also das ist halt viel Geld. Viel Herzen. Da ist ein Spikey Ball. Du bist ein Weg, du bist ein Weg. Dummer, dein Blöd. Ah, Merk, das ist ein Untote, dein Gott, kein Blöd. Schade. Ich habe auch überall, dass ihr blockiert, weil ihr keinen Döbel Spuren droppt. Und ich musste so passen, weil ich meine, dem nur Weg kommt gleich ein Boss. Ich fand mich, geht herzlich bei, das wäre schon cool. Hey, aus Kippos, Merbs, Interessantes. Okay, das war gut. Okay, das war gut. Ich muss dann noch ein Sprecherplatz. Ah, ne, man kann ihn durchgespießt gehen. Ok, wovon ich nur ein Späscherbläder jetzt? Schatz holt ihn innen durch, gut, mein Genuss, ja. Ja, weil er ist sicher rein. Ok, wir kommen doch an ein neues und, ich weiß noch nicht genau, was hier drin ist. Ah, der Kolosseum, und ich hält, wo wir schon hin. Das nächste Gang vom Kolosseum, den kommen wir dann nicht durch. Okay, weil er auch schon da hinner gelangt ist, das ist halt, ne, 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 ich geh mal raus und darum ran. Kann ich ja da rum machen und dann hast du schon hier raus, ich weiß nicht. Ah, ne. Okay, okay, ich meine, ich werde müssen ein bisschen rumklopfen, wir können einen Späscherblatt zu fahren. Das sieht ganz dumm aus. Borgen, ne, 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 ich weiß nicht, nein, ne, 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 ne. Ah, nein, ne, 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 ne! Wow, wir sind alle zeigen. diese Nacht für Freude. Die Nacht ist noch jung. Und so, Hummer, ist der Spiel vorbei. Ich habe den Fungsi. Hallo, Kardo. Ok, aber Fungsi-Mato, alle, weiß ich, man hat noch eine Karte gehört zum Spiel. Komm, man, das ist mir proper. Ich probiere mal Wurfen, den Nummer 60 zu kriegen. Dann kann man den in der Stimme. Voilà. Uh, ok. So, ich bin gerade traurig, weil ich probiere, den Proporzen an. Da ist so viel hier für die Mäste schwingen. Bei Leia ist kein Wurschlob. Unbedingt kann Dark Metamorphosis benutzen. Die heute gehe ich, da sind alle, äh, Auuuutsch. Fuffzig. Die heute gehe ich, da sind alle, äh, eben, äh, keine Ahnung, kann sein, dass die heute nein, für Eidlrüstungen sind oder so. Also, wie das gleich viel Blut sprotzt. Aber kein Blut da ist da, da nimmt es sehr, okay. Oh, also, Kollege. Komm rein. Mein Rob, voilà, merci. So, komm rein. Ihr wisst, wer hatte ich genutzt für dich. Tschüss, ja.